Ihr habt euch Altcoins für die Analyse gewünscht, genau die wollen wir uns heute angucken. Angefangen natürlich nochmal erstmal mit Bitcoin, dann haben wir Komodo, Link, Neo und Binance Coin. Es gibt noch einen zweiten Teil, den werden wir dann am Freitag machen, da sind noch die restlichen mit dabei. Ich habe mir alle aufgeschrieben, wenn noch einer kommt, den ihr habt, den ihr noch gerne analysiert habt wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann nehme ich den mit dazu. Für Freitag habe ich aktuell auf der Liste Litecoin, ARK, PIVX und Omice Go. Also, ja, soweit erstmal dazu, also los geht's. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Wir wollen uns eure ganzen Wünsche angucken von den verschiedenen Charts, die wir hier analysieren wollen. Anfangen möchte ich ganz kurz mit einer Erklärung zu einem Kommentar. Ich freue mich immer, wenn ich die ganzen lieben Kommentare lese, wenn es jetzt mal wieder länger gedauert hat mit einem Video. Und da gab es halt einen ganz speziellen, warum ich denn jetzt halt nur einmal im Monat oder so ein Video mache. Die Antwort ist ganz leicht und ich habe es auch schon mehrfach gegeben. Es hat einfach mit dem Hass auf YouTube zu tun. Solange es nach oben ging, 2017 war alles tippitoppi, aber dann angefangen, wo die Preise ein bisschen weiter nach unten gegangen sind, hat das Ganze umgeschlagen. Und da sind es halt einfach, das ist halt ein Hass, der einem da entgegen schlägt, den ich einfach nicht haben möchte. Weil ich habe den YouTube-Kanal aus Spaß gestartet. Ich wollte einfach anderen Leuten helfen. Nie mit dem Ziel, irgendwie, dass wir hier 15.000 Abonnenten haben. Wir dachten, das wären höchstens so 1.000 oder so mal. Ist natürlich schön, wo es hingewachsen ist. Aber der ganze Hass, der einem da entgegenkommt, ist ein bisschen viel für mich. Da fehlt dann halt irgendwann der Spaß. Und was sogar manch andere Leute auf ihren YouTube-Kanälen über mich erzählen und was sie da rumlügen, das ist wirklich, also wenn das vor Gericht gehen würde, da wären die aber schnell mit einer Strafe belegt worden. Nichtsdestotrotz mache ich es trotzdem irgendwie gerne und freue mich natürlich über die positiven Kommentare, wenn es dann wieder was gibt. Jetzt wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder mehr Videos geben. Ich will mir das Ganze ein bisschen anschauen und einfach für mich entscheiden, ob ich das jetzt wieder sehr regelmäßig machen möchte, ob das gut für meinen Geisteszustand ist, weil den braucht man nun mal einfach zum Traden. Und wenn der nicht funktioniert, dann sollte man auch die Finger vom Traden lassen. Das soll es aber dazu gewesen sein. Wir wollen in die Kurse reingucken, angefangen mit Bitcoin. Kurzes Update zum letzten Mal. Da haben wir ja von den drei Tageskerzen gesprochen und wenn wir da jetzt mal schnell reingucken, wie es da aktuell aussieht, letztendlich genauso, was wir besprochen haben. Ich habe euch gesagt, seid vorsichtig, weil die Kerze garantiert nochmal nach unten geht. Das ist sie auch hier bis 6850 ungefähr. Und seitdem ging es schon wieder ein gutes Stück nach oben. Wenn die Kerze so schließen würde, wie es jetzt ist, wäre das natürlich optimal und würde ein sehr gutes Signal für die nächsten Wochen liefern. Aber die Kerze hat noch zwei Tage vor sich, weil erst am 30. gibt es dann die neue Kerze. Das heißt, da wird er erst abgeschlossen und dementsprechend sollte man das Ganze da auch noch abwarten. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das jetzt in einem Rutsch dann irgendwie ein paar tausend Dollar nach oben geht. Da braucht ihr also keine Angst zu haben, sondern achtet auf die Kerze, wie sie schließt. Drei-Tages-Chart, dann wisst ihr deutlich mehr grün. Ein sehr positives Signal, insbesondere wenn es jetzt sogar von der Höhe her ist. Und wenn sie rot wäre, dann sollte man natürlich noch ein bisschen mehr Vorsicht weiten lassen. Das sehen wir dann ja aber auch in den nächsten Tagen. Kommen wir zu den Charts, die ihr euch gewünscht habt. Und da war ich recht positiv überrascht. Ich habe jetzt erstmal nur kurz reingeguckt. Aber wie gut es doch für einige Altcoins im Moment aussieht. Wir haben hier Komodo als erstes. Und wenn man sich das Ganze anguckt, sehen wir ganz klar, dass wir da unten einen Bereich hatten, wo es jetzt lange Zeit seitwärts ging. Und aus dem sind wir aber ausgebrochen. Wir sehen es hier, da ging es dann kurz einmal mit einem Rutsch runter und hat sich schnell wieder gefangen und ist nach oben geschossen. Da ist es jetzt für uns wichtig, dass wir jetzt einen Support-Level unterhalb dadurch haben. Also ihr seht es. Ich würde es ein Stück weit da unten ansetzen. Die Höhen hier, das haben wir vom 13. August 19, dann haben wir hier den 25. August 19. Das ist jetzt ein wichtiges Support-Level. Wir sehen es auch gleich nochmal rechts. Und hier links sehen wir, dass es da kurz nach unten ging mal. Das ist nicht ganz an der Linie. Deswegen ein bisschen vorsichtiger den Bereich ein bisschen größer einordnen, was den Support angeht. Auch weil hier zum Beispiel dieses Zwischen-Level, was ihr hier von diesen wenigen Katzen seht, das ja auch mit zum Support zählt. Und dann kann es halt sein, dass man sich eher so in dem Bereich hier bei 830 Satoshi müssten das sein. Fehlt da eine 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, da fehlt eine 0. Das müssten dann 8300 sein. Und da seht ihr dann den nächsten wichtigen Support. Auf den würde ich auch im Moment erstmal achten. Weil, und das muss ich jetzt gleich wieder dazu sagen, zu den ganzen Charts, die wir uns angucken. Wenn wir jetzt natürlich nur einen Punkt uns von dem ganzen Zwischendurch rein angucken, ist das wieder ein Thema von dem, was ich beim letzten Mal gesprochen habe. Man kann sich halt, man kann sich einfach vor einen Chart setzen und hat sofort eine Einstiegsposition, die gut aussieht, sondern man muss natürlich darauf achten, dass der Kurs dann zu einem guten Level hinkommt. Und genau das werden wir jetzt halt auch hier machen. Wir schauen, wo es denn ein gutes Level wäre, was man machen könnte. Aber die Chance, dass wir direkt was finden, wo man sofort einsteigen kann, ist natürlich eher gering. Wir sehen es, was vorher gewesen wäre, mit zum Beispiel dem Durchbruch des vorherigen Widerstandes, den wir hier hatten. 8.300, der jetzt als Support dasteht, wäre das nächste Ziel natürlich hier der nächste Widerstand gewesen. Das sind dann 11.300 und da sehen wir dann auch hier, kurz ging es dann genau in dem Bereich, hätte man hier dann geschlossen und da wäre es sogar noch ein Stück nach oben gegangen. Aber das ist einfach dann Durchbruch des ersten Widerstandes, geht bis in den nächsten Widerstand, das ist recht normal und vorhersagbar, trifft in den meisten Fällen zu. Also da kann man dann wirklich schon in Richtung 80% schauen, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Hätte hier dementsprechend auch geklappt. Was wir jetzt in der Zwischenposition angucken müssen, ist der Support, den wir hier unten haben, 8.300. Und das Widerstandslevel ist natürlich immer noch da, das heißt, wir werden das auch wieder als nächstes Mal als Widerstandslevel ansehen. Was könnte man jetzt also machen, was könnte man antizipieren? Ich würde in dem Bereich schauen, dass man hier auf den Support trifft. Wir schauen uns mal kurz die anderen, den Widerstand Indikator dazu an. Ja, es sieht so aus, als ob es in kurzer Zeit wieder nach oben dreht. Das heißt, mögliche, das ist jetzt nur eine Annahme, was zum Beispiel passieren könnte, ist, wenn man jetzt hier kurz runter geht und dann nochmal auf die gleiche Höhe das Ganze macht. Das wäre ein sehr vorsichtiger Trade, also in den Supportbereich um die 8.300 und dann mit dem C11.300 erstmal als nächstes nehmen. Viel mehr ist im Moment noch nicht zu sehen. Wir haben ein ganz, ganz großes Widerstandslevel auf 13.500. Das sehen wir hier aus der Historie. Da gibt es die beiden Punkte, die sehr wichtig sind. Das haben wir hier im November 2018, Ende November und hier haben wir den Mai 2019. Da sehen wir, dass hier Support gefunden wurde. Das ist jetzt ein wichtiger Widerstand und dann könnte man sogar schauen, dass man sagt, okay, erstes Ziel vielleicht 11.300, zweites Ziel 13.500 an der Stelle. Dass es da noch weiter nach oben geht, als diese 13.500 ist kurzfristig eher unwahrscheinlich an der Stelle. Deswegen auf die Position warten. Wenn es auf den Support geht, wie er noch umgedrückt wird, kann man die Bewegung mitnehmen. Wenn es auf den Widerstand trifft, wäre es möglich, auch in den Short zu gehen. Da muss man aber darauf achten, was die anderen Indikatoren dazu sagen. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber mal angenommen, der geht hier nach unten und geht nochmal in eine höhere Position hier. Der Wave-Trend-Indikator zeigt aber was Niedrigeres an. Dann wäre das eine Position, um Short zu gehen, zum Beispiel auf Komodo zu Bitcoin an der Stelle. Das wäre eine Möglichkeit. Dann schauen wir doch mal bei Link rein. Und da ist es so, dass wir den Dollar-Chart und den Bitcoin-Chart haben, die übrigens unterschiedliche Sachen aktuell zeigen. Und wir sehen auf jeden Fall einen wichtigen Support hier auf der Stelle. Das sind 1,96 Dollar. Das heißt, in diesem Bereich 2 Dollar würde ich den auf jeden Fall einordnen. Schaut da, dass er oft die runden Marken sind, oft wichtige Supportstellen. Da dann ungefähr bei 2 Dollar das Ganze ansiedelt. Da den testen wir aktuell, wenn wir von den Indikatoren her gucken. Im Moment nichts Spannendes. Könnte nochmal ein Stück tiefer gehen, wenn man sich hier das Ganze anguckt. Aber für den Moment würde man erstmal schauen, dass dieser, wenn dieser Bereich hier hält, vom Support her, würde man eher diesen Bereich 2,56 nochmal anpeilen. Das ist das, was wir hier jetzt dann als Widerstand haben. Von der allgemeinen Ansicht her nicht ganz so viel Bewegung drin aktuell. Also keine, ich sage mal, keine gute Position, die man jetzt direkt erkennen würde, wo es in nächster Zeit spannend wird. Insbesondere dadurch, dass diese Bewegungen so groß sind. Also wenn ihr schaut in einem Docht von hier 2 Dollar auf 2,40 Dollar. Ich meine, das zeigt sich jetzt sehr oft hier über diesen ganzen Zeitraum. Da könnte man sogar dann tagesmäßig wahrscheinlich traden, wenn man hier sagt 2,5 kaufen. Verkauft dann wieder bei 2,30. Da kann man dann immer mit so einem Spiel machen. Das sind halt dann auch jeweils über 10 Prozent. Das ist aber eine riskantere Variante und sollte nur von jemandem gemacht werden, der täglich damit tradet. Ansonsten würde ich halt die großen Punkte anschauen. 2,56 haben wir halt hier gesagt und unterhalb 2 Dollar. Insbesondere dann aber aufpassen mit diesen Tagesbewegungen, die da halt zwischendrin sind. So gutes Setup hätte ich jetzt hier an der Stelle, würde ich jetzt nicht erkennen. Wenn man sich das Ganze mal im Vergleich zu Bitcoin anguckt, wird es interessant und würde eher die Variante unterstützen, dass es ein Stück weiter nach unten geht. Weil wir ein wichtiges Support-Level hier haben, das sind 24.400. Jetzt muss ich wieder gucken, ob die Nullen stimmen. Ja, diesmal sind es 24.400 und da ist es so, dass wir das noch nicht wirklich getestet haben. Also ihr seht hier drüben, wichtig gewesen, hier war es als Support wichtig, Widerstand, Widerstand. Auch hier wieder ein Widerstand gewesen. Das haben wir jetzt so noch nicht getestet. möglich, dass es hier dann dementsprechend noch den Rutsch nach unten gibt. Wenn man in die Indikatoren reinguckt, war auf jeden Fall der Punkt hier oben ein wichtiger, wo man hätte Shot gehen können. Ist jetzt aber auch keiner, wo man das noch machen sollte. Also ihr seht, es war zwar ein Setup für eine Shot-Position, aber die hat jetzt... Sie hat sich, man darf jetzt natürlich nicht anfangen rumzuspülen und zu sagen, 15% sind wenig. Aber das wäre halt ein Punkt gewesen, wo man dann einsteigt und dann hätte man es laufen lassen können. Möglicherweise eben bis hier unten hin. Würde man jetzt schauen, dann sind es halt 30%. Jetzt hier noch mittendrin einzusteigen, insbesondere wenn man sich anguckt, dass wir hier eben auch einen kurzfristigen Support haben. Bei 29.500, vielleicht 30.000. Da muss man natürlich aufpassen, weil jetzt hier an einem Support, auch wenn es nur ein kleiner, kurzfristiger ist, Short zu gehen, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Da würde man eher schauen, ob man in eine Long-Position geht, was ich aber vom Gesamtbild her nicht machen würde. Also Link daher von den aktuellen Gegebenheiten eher vorsichtig anzuschauen, was die nächsten Tage, Wochen angeht. Da müsste man schauen, ob sich da vielleicht noch einfach ein paar bessere Datenpunkte ergeben. Ich würde jetzt hier die beiden mal die Linien mit einzeichnen. Man sieht die, die haben auch nur eine ganz kleine, wirklich, wenn wir hier 5 Grad, 1 Grad, das sind jetzt nicht wirklich so die Steigungen. Aber hier habe ich sogar noch zu viel eingezeichnet. Dann ist das wohl ein Bereich, in dem es noch länger seitwärts gehen wird für Link. Das würde ich jetzt so als Wahrscheinlichstes sehen, wenn wir hier in diesen Bereichen ein bisschen länger noch verharren. Ansonsten, wenn der Support-Bereich hier unten bricht, das sind 27.400, würde ich halt den Bereich anpeilen. Was aber passiert, wenn es eben durchbricht, ist dieser Bereich 25.000, 24.500 ein sehr guter Support-Bereich, um Long zu gehen, also um zu kaufen. Das wäre hier auf jeden Fall eine Position, auf die man warten könnte, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Gewinn führt. Da hat man dann eine recht gute Chance von wahrscheinlich 65%, vielleicht 70%, die deutlich besser aussieht, als wenn man jetzt hier mittendrin irgendwo anfängt, irgendwelche Spränzchen zu machen. Wenn wir auf Neo schauen, auch Neo hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Wochen, wenn wir das gucken, im Oktober ging es los und deswegen war ich jetzt auch positiv angetan von der Auswahl. Da haben wir zum einen, hätte man jetzt den ersten Widerstandsbereich hier gehabt, jetzt haben wir aber deutlich weniger Nullen. Das wären die 100.000 gewesen, wenn ich es richtig sehe, 1.000, 10.000, 100.000, ja, die 100.000 Satoshi und hier oben wäre noch der nächste Widerstand gewesen, der aber sofort durchbrochen wurde. Und da sehen wir jetzt, dass wir halt noch schon gleich im nächsten Level sind und hier einen Support-Bereich haben. Wir sehen es vom 23. Juli, nee, der 20. Juli 2019 sehen wir, dass das schon ein Support-Level sich gebildet hat. Hier wurde das Ganze nochmal verdeutlicht, dann jetzt im Oktober, wo wir das Ganze mehrfach angetestet haben und da ist es jetzt so, dass wir zurückkommen und das Ganze antesten als aktuellen Support. Ich würde den aufgrund der Kerzen hier drüben ein Stück weiter unten anordnen, im Bereich, hier seht ihr das dann, das sind dann die 124.000 ungefähr. Da würde ich das als Support-Bereich anordnen und wenn wir uns jetzt hier die Bewegung angucken, wir sehen wieder, wir hatten eine negative Divergenz, dementsprechend wäre hier oben eine schöne Short-Position gewesen. Da wäre es gut möglich, dass wir noch eine dritte Höhe hier mit hinbauen. Das ist jetzt natürlich nur eine Annahme, aber wenn man das betrachtet und es so eintritt, das heißt, dass wir hier noch ein drittes Hoch bekommen mit dem Kurs möglicherweise von der Bewegung her so ungefähr, dann wäre das nochmal ein guter Punkt, um in die Short-Position zu gehen, wieder einer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, würde man halt schauen, mögliche Bereiche sind hier 150.000 an der Stelle. Das jetzt vom reinen Chart her, weil man muss schauen, der nächste Widerstand, es kann auch zum Beispiel sein, dass der Widerstand darüber, das sind hier die 174.000, dass der sogar mit der Bewegung eingenommen wird. Das heißt, hier ist es dann wieder, warten auf die richtige Position. Aktuell mit einer guten Wahrscheinlichkeit wäre zum Beispiel eben dieser Einstieg hier, wo wir aktuell uns befinden, 123.000 für eine kürzere Bewegung. Das heißt, hier hätte man das erste Ziel, was man direkt einordnen würde, 140.000 knapp, was man einfach von diesem Halsbereich hier vorher nehmen würde. Das wäre das erste Ziel. Das zweite Ziel würde man auf die gleiche Höhe setzen, das wären 150.000. Das dritte Ziel würde man auf die 170.000 setzen. Das heißt, da kann man dann auch so ein Spiel machen, dass man halt jeweils, wenn ein Ziel erreicht wird, einen Teil rausnimmt. Den größten Teil würde ich rausnehmen, wenn man hier bei den 150.000 ist und den letzten Teil könnte man dann auch bis 170.000 laufen lassen, wenn es denn überhaupt so weit kommt. Das ist bei Neo BTC aktuell der Fall. Und wenn wir uns jetzt mal Binance Coin angucken, fand ich das erstmal interessant zu sehen, dass Binance Coin auch mal nicht nach oben gehen kann. Und das sehen wir hier auch mit einem wichtigen Support Level, was wir hier haben. Jetzt müssen wir wieder schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, da fehlt eine 0. 180.000 ist ein wichtiges Support Level, was wir auch schon angetestet haben. Hier im September, 25. September. Hier wurde es nicht ganz getestet, ist ein bisschen weiter oben geblieben. Vom allgemeinen Trend her, den wir aktuell folgen, geht es immer noch nach unten. Wir haben von den Widerständen einen sehr wichtigen, den wir schon getestet haben. Das sind die 250.000 hier. Ich nehme nochmal die Linie mit dazu, damit ihr das seht, weil hier auch zur Erklärung wichtiger Widerstandsbereich hier. Wichtiger Widerstandsbereich hier. Hier ist ein bisschen drunter gegangen. Das heißt, kann man vielleicht nicht ganz nehmen, aber hier sehen wir auch, da wurde es dann eben angetestet. Wir sehen jetzt in dem Zwischenbereich und hier kann es gut sein, dass wenn wir das durchbrechen, dann in den nächsten Bereich direkt reinschauen, die 290.000. Wir schauen mal kurz in die Indikatoren. Erstmal nichts Klares für den Moment, was ich mir, das ist jetzt eine Annahme, die aber von der Wahrscheinlichkeit her deutlich tiefer ist, als bei den, was wir vorher gesehen haben. Hier ist ein wichtiger Bereich, wo wir Support hatten, Niederstand hatten, Support hatten. Da kann ich mir vorstellen, dass es nochmal so ungefähr in diesem Bereich geht, bis hier oben hin sogar. Da würde ich den einordnen. Ich nehme da hier nochmal eine Linie mit dazu. So, und zwar, dass es dann in diesem Bereich jetzt erst nach unten geht. Ich schaue gleich, welche Zahlen das sind. Wir haben hier 200.000 und der untere Bereich wären 195.000. Dass es hier in den Bereich geht, wäre eine Möglichkeit und von da aus dann weiter nach oben. Der allgemeine Trend, muss man natürlich dazu sagen, ist aktuell ein negativer noch. Wir sind in eine Seitwärtsphase übergegangen aktuell. Mit dem Durchbruch hier könnte man zumindest die Seitwärtsphase erweitern. Das würde auch gut mit dem einhergehen, was wir hier an Widerständen haben in dem Bereich. Aber von den Wahrscheinlichkeiten her ist das, was wir uns angeguckt haben von den Setups, mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Und wäre, ja, man kann es sich angucken. Möglicherweise kommt es so, wenn es von dem Support aus nach oben gedrückt wird, hat man eine gute Chance wieder, sich Ziele zu setzen. Das erste Ziel würde man hier bei 232.000 machen. Das zweite Ziel würde ich dann bei 260.000 setzen und das dritte Ziel bei 290.000. Das wären die Ziele, die man sich dann dafür vornehmen würde. Wie gesagt, für den Moment sehe ich das noch nicht so. Es ist nur eine Möglichkeit und eine mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als wir, die wir uns angeguckt haben. Das soll soweit gewesen sein vom Cointrend heute. Das waren die ersten von den Coins, die ihr euch gewünscht habt. Wenn noch welche sind, die ihr gerne sehen wollt, sagt mir Bescheid. Wir schauen es uns am Freitag dann im Video an. Wir sehen uns also dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut. Bis dahin.